Willkommen, willkommen! Zurück, zurück, hier weinen. Und auf und nieder und immer und wieder. Und bei Raidwatchers für Arme, sowie The Biggest Loser. Und hier ist ja Sam B. Und The B ist ja für The Biggest Loser. Und wir sind bei Dead Island Riptide. Kannst du auch so schön springen, wie ich? Nee. Achso, und da wollen wir mal hoffen, dass wir heute schnell bleiben, oder? Bei mir ist es mehr Trägheitskraft. Ach, Trägheitskraft, ja. Du hast mehr G-Kräfte in den Kurven. Ja. Wenn du Kurve springst. Spring ich auch oft Kurve. Ach, sag mal, was ist denn... Hörst du? Ja. Weißt du, dass du das Wasser aus dem Leder nie wieder rauskriegst? Aber wem erzähl ich das? Du bist ja hier der Kerber. Du, ähm, was ist denn eigentlich die Spezialfähigkeit vom Dicken hier? Vom Sam B. Vom Sam... Die Loser B. Ähm, gute Frage. Er hat eigentlich viele Fähigkeiten. Aber da die größte herauszufinden. Ja, es ist sehr vielseitig begabt. Der gute Sam B. Ich würde mir da jetzt nicht zutrauen, eine besondere Fähigkeit rauszupicken. Na ja. Schwer. Das unterscheidet sich kaum. Stumpfe Waffen, Klingen. Ich merke da keinen Unterschied. Ich meine, im Grunde sind es stumpfe Waffen, die... Ähm, äh... Die für ihn maßgeschneidert wären. Aber ich habe herausgefunden, dass eigentlich die normalen Klingen genauso viel Schaden machen. Was habe ich denn hier? Guck mal, was ich in der Hand habe. Schaden anrechter. Das ist ja dieselbe Kugel, die ich habe, Mann. Ist das so ein Schädel? Die will ich nicht haben. Ich will den dicken haben. Naja, da ist ein Schädel dran. Aha. Okay. Komisch. Komisch. Also, wo lang? Hier zum Tresor? Ähm, ja, nee, hier. Weißt du, was lustig war eben? Die eine Mordschoten war so, dass er die Tür drückt und dann geht sie nach innen auf. Ist das nicht lustig? Haha, ja. Das ist die Fliehkraft. Das ist eher... Naja. Ui, jetzt habe ich irgendwas aufgenommen. Ich muss doch mal meinen Schädelschläger probieren. Hat sich gelohnt. Ja. Weiß ich nicht. Also. Sieht... Da drüben sind sie schon wieder, Leute. Also, wir gehen jetzt... Äh, was machen wir eigentlich für eine Quest? Ich würde sagen, das Auge metzelt mit. Man muss auch auf den optischen Eindruck der Waffe achten. Absolut. Wir machen den Hauptquest. Wir gehen zurück und berichten vom Tod des... Das... Das Toten. Markus Villa, glaube ich. Ah, okay. Aber wie gesagt, ich bin schon gar nicht mehr mitgekommen. Ist auch voll... Geh zurück zu Markus Villa. Ne, okay. Es war was mit Markus Villa, das wusste ich. Ach du Schande. Oh. Ich wollte doch bloß ein paar Sachen checken. Schnecken checken. Hüften lüften. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, ich sehe ihn nicht. Ach hier unten. Ja, meistens. Wenn du runter siehst und du siehst ihn nicht, dann hast du ein Übergewicht. Das ist so eine Faust. Also der Trick ist geil, oder? Hm. Ein schwacher schottischer Langdolch. Der ist nicht schlecht, kann ich auch empfehlen. Na ja, Schottland fahrscht dieses Jahr im Urlaub. Ich will sie mir mitnehmen. Ne, ich bringe einen mit. Und die Einheimischen beeindrucken. Ach, das mache ich schon mit meinem Kild. Okay. Du kannst das auch mit dem Kopf zu treten, ja? Das kann, glaube ich, jeder, ja. Klasse, ich habe gedacht, ich bin was Besonderes. Ne. Ne, bin ich nicht. Leider. Muss ich enttäuschen. Macht nix. Dafür kann ich mit, kann ich F drücken. Und du spielst wirklich mit Controller, ja? Ja, genau. Es sieht flüssiger aus, meiner Meinung nach. Weil du hast recht. Heftigen und rockartigen Mausbewegungen dann wegfallen. Weil die am Unterleibs jetzt wirklich ziemlich flüssig aus. Ich weiß nicht. Naja. Lederjacke. Die so... Die Lederjacke ist unten offen. Da sieht man hoch. Ui, die hat einen Epileptischen, schau. Bei dir auch? Nein. Oh. Bei mir nicht. Sie hat von mir einen... Keine Chance gegeben, einen Epileptischen zu haben. Das war ein postmataler Epileptischer. Ach, jetzt fängst du mir damit an, ja? Mit der Post und Österreich und so. Weißt du, wie lange ich auf das Spiel gewollt habe? Ui. Ja. Hm. Hast du mitgekriegt, ne? Ich weiß. Das war zur Absicht. Da wollen wir mal gar nicht mit Post und traumatisch... Ich habe den Postboden bestoffen. Ach, du Schande. Da unten ist eine Wasserleiche. Wenn ich den Staatsvorteil habe. Eine Wasserleiche. Aber die können wir vielleicht von oben. Nein. Oh, shit. Nee, die brauchen wir nicht. Shit. Nee, nee. Komm, Fleisch. Mhm. Hab mich selbst in die Falle begeben. Nicht, dass du wieder unten feststeckst. Nein, ich stecke nicht fest. Ich bin hier. Aber ich war mal voll mit Gesundheit und jetzt bin ich es nicht mehr. Warum? So, wir befinden uns in Hallei übrigens. Siehst du? Ah, ja. Hallei. Das große Halle-Hallei kann man hier machen. Und wir berichten jetzt Markus Villa. Ach, wir müssen doch bloß von unten. Das hast du dem noch nebenbei. Ich habe gedacht, du machst bloß Spaß. Nee. Ich scherze nie. Nein. Nie. Scherzt nie. Und John scherzt morgen. John ist besoffen. Quatsch. Niemals. Hier ist der Mann. Und er wird... Der nix kann. Wo muss ich hin? Ach so, hier wieder. Ich würde vorschlagen, du sprichst ihn an. Ach so, ja. Ich mach das mal. Jetzt bin ich wieder vorbeigelaufen. Er hält sich übrigens den Unterleib. Er hält sich den Unterleib? Ja. Bei dir auch? Ich esse erst mal eine Frucht. Ich muss mich drauf vorbereiten. Auf so ein Gespräch bin ich nicht vorbereitet. Jetzt heißt er unter Villa. Und er sieht auch so... Ich kann diese spanischen Namen schleiten. Er sieht etwas verklemmt aus. Das war nicht nur österreichischer Aktiv-Hock-Camp. Bezug dazu, zu Villa. Ach nee, das war ein Französisch, glaube ich. Ah, ist egal. Ah, Französisch. Was hast du hier in deiner Bettpfanne? Ach, da unten ist noch eine Information. Geheime Akten. Ein geheimer Akt. Das ist ein Playboy-Magazin. Nein, nein, das ist das sächsische Tageblatt. Das ist fast dasselbe. Das sächsische Tageblatt. Sprich ihn an. Du, ich habe Wut. Ich kenne ihn auch. Nee, ich habe unschuldig, er hat reinschaut. Ja. Aber er dreht sich immer zu dir um. Ich glaube, er hat irgendwie auch auf dich geworfen. Er weiß nicht. Er weiß nicht, zu wem er Vertrauen haben soll. Aber wenn du dir die Bude mal anguckst, würde man denken, der hat einen kleinen Schaden, oder? Hat er auch, aber das stellt sich erst spät. Hier ist sein Sitzbad übrigens. Ach so, ich dachte, er ist ein Putt-Money, weil nichts drin ist. Gut, ich rede mal mit ihm, ja? Bitte. Danke. Hier geht's. Jetzt sag mir, wie ich kann den Händersen. Ach, das war's schon. Na, das war ein Verzeihung. Aber es gibt auf jeden Fall eine Waffe. Und such die Karte. Wollen wir das machen? Das machen wir. Das machen wir. Jetzt spricht er ein bisschen mehr. Ups, jetzt habe ich ihn. Er hat Karten vom Dorf. Mhm. Und die müssen wir jetzt holen. Sagt er. Denn die Kultur hier ist reichhaltig. Und es gibt verborgenes Wissen, aber er schweift ab. Alter Bewerbsling. Richtig mit dem im Haus des Missionars wohnenden Eingeborenen. Siehst du, da haben wir's. Ja. Das ist der Erfinder der Missionarstellung. Und er kassiert die ganzen Lizenzgebühren dafür. Für jede einzelne angewandte Missionarstellung. Kriegt er 10 Cent. Na, das ist doch wie bei dir. Bei deinem YouTube-Videos kriegst du da auch, ne? Ja, aber keine Stellung. Und der Mann braucht Schmerztabletten. Bitte gib ihm. Hast du mal geguckt, an welcher Stelle denn du bist? Die schlafende Hündin. Nee, ich hab keine mehr. Auch nicht. So, jetzt brauchen wir mal. Oh. Nee, Bücher. Ich dachte, Medikamente. Nee, das ist eh. Suche Zutaten zur Herstellung von Medizin. Verstehe. Das wären dann... Ja. Was braucht man? Was wären das für welche Zutaten? Na, weiß nicht. Wo hast du Medikamente? Brauchst du? Es gibt einen Glast, was du auch hast. Ich gebe es mit Hansa-Blast. Da oben ist jetzt die Rose. Schau, ich hab's ja gewusst. Und was machen wir mit der? Mit der musst du reden, ja? Ja, red bitte. Ach, das ist die Magenkunde, ja. Vielleicht hat die Laktose intolerant. Ich hab schon ihren Unterleib untersucht. Ich hab schon ihren Unterleib untersucht. Es ist ein Krasen. Oberkörper musste sie nicht freimachen. War einsichtig. Vielleicht den Kopf. Oh, Gegengift. Wollen wir die jetzt starten oder vielleicht später? Ja, ich glaube, wir brauchen ohnehin... Die ist ziemlich schwierig. ...für die Medizin vorher. Die ist ziemlich schwierig. Äh, zur Abwechslung würde ich vorschlagen, wir machen das Treffen mit den Einheimischen. Ja, machen wir. Also vielleicht später, ja? Ja, hab ich gemacht. Greift uns nicht weg. Die hat noch länger Magenschmerzen. Ja, der hält das aus. 16 Stunden. Äh, wo bist du, wo bist du? Ach, da. Okay, was hier mit Mützen-Cowboy? Okay. 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 Das hätte Pus mal wissen müssen, ne? Naja. Jetzt ist es zu spät. Jetzt hat es mir den Quest wieder verständ. Wieso denn das? Ich habe nochmal mit ausgesprochen und... Und jetzt habe ich den Quest auch komisch. Ich dachte nur einer von beiden kann mit... Kann Quest annehmen. Aha. Das ist eigenartig. Naja. Welche Quest hast du jetzt? Ja, ich bin jetzt wieder zurück auf den Hauptquest, aber... Okay, ähm... Hauptquest, wo bist du? Du bist da. 30 Meter vor dir. Ah, das sind 30 Meter, können tödlich sein. Soll ich wieder hier reinspringen? Naja, die Sehnsucht. Ich spring nicht hier rein, oder? Nee, bitte nicht. Guck mal, wie die... Oh, nein, nein! Gut. Lass es sein. Ich wollte dir ja bloß zeigen, wie man es nicht macht. Warte mal, da hinten. Geht er lieber da hoch auf den Wasserturm. Da hinten gibt es doch bestimmt noch irgendwas. Ach ja. Da, 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 da. Siehst du? So. Lieber mein Klebeband und Magnet mitgenommen als nicht. So, okay. Das Klebeband kann Leben retten, zerstör das nicht. Ja, besonders das, äh... Deine Frau, wenn du sie festbindest und von dir weglotst. Nee, das ist Bondage. Ach so. Es sind nur 230 Meter. Ja, gräme da echt nicht. Müssen wir da zu Fuß? Oder können wir da was nehmen? Hm, zahl sich nicht wirklich aus. Okay. Äh, meine Wut ist voll. Und deine? Auch. Ich nehme mal meine. Diese Wut ist meine. Und diese Wut ist deine. Ich sammle dabei noch mal den Rest ein. Oh. So. Werdig. Hast du gut gemacht. Kannst weitergehen. Was Wut so ausmacht heutzutage. Ja. Naja. Manche brauchen da ein Smartphone für eine App. Alles leer. Mann. Ich mache die ganzen Weidenkörbe auf und alle sind leer. Wer gibt denn leer in einen Weidenkorb? Hast du schon mal leer weggeschmissen? Ja, leere Flaschen. Der. Au. Meine Ausdauer ist schon scheiß ein Trecken, ne? Keine erst. Ja, das ist dieser. Du hast die Schafel in der Hand. Ja. Und? Ist das gut? Nee, für die Ausdauer nicht. Aber dagegen? Für die Zambus. Mal da oben sind. Ach, da kommt man nicht hoch. Weidenkörbe. Weidenkörbe. Kennst du Basket Case? Oh, Alkohol. Zack, hab ich. Oh. Nehmen wir mal die Schaufel. Den Klassiker. Also mit der Schaufel ist gleich die Hälfte weg von dem Typen, ne? Komisch. Bei mir nicht. Naja. Warum? Nee, ähm. Wenn du ein lautes Geräusch hörst, was du klickst, klingt wie ein Föhn, dann ist das ein Föhn. Okay. Und zwar aus meiner Wohnung. Ein Föhn, ich verstehe, ja. Ja, ja. Ein Angebetete. Bereitet sich vor. Ach, guck mal hier. Los Logos. Ja, sag ich ja. Los Logos. Da war eine Portemonnaie. Und du hast wieder einen ermüdeten Langdeutsch genommen. Schottisch. Ja. Ich hab mein Ei schon gelegt. Ja, ich mach immer gleich ein ganzes Nest. Ja. Gut. Die lassen wir jetzt da. Warum? Weil. Weil du keinen Bock auf die hast, ne? Nee, weil ich ein bisschen knapp. Weil ich also bist. Und hier, Inselführer. Zack. Hammer. Aber wieso können wir, können wir die anderen schon fressen gern? Warum können wir die eigentlich so einen Fisch zu beschießen? Und die Apfel sind die doch nicht immun, oder? Das sind weiche Äpfel. Das hat aufgehört zu regnen. Plötzlich. Das ist echt der Wahnsinn, ne? Die, die Regenmod hier. Das ist Urlaubswetter. Ja, aber du musst doch schwitzen und stecken. Dafür habe ich gebucht. Ja. Und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, wo es lang geht. Ich glaube, hier. Komm, wir können doch. Hm? Nee, mach mal. Nee, ich traue mich nicht. Wir könnten auch hier hoch. Guck mal. Stimmt. Du zuerst. Ja, na klar. Ja, sonst. Oh, du reibst dich an den Lianen. Naja. Das war jetzt Schleifen, oder? Mit dem, mit der Wange so. Sieht auch scheiße aus. Weißt du, was du gerade gemacht hast? Nee. Hast du in der Luft dann irgendwas festgehalten, was es gar nicht gibt? Und hier ist die rote Hand. Kennst du die weiße Hand? Äh. Film, anderer Film, rote Hand. Okay. Kennst du? The right hand? Nee. Das sind die Opfer der weißen Hand. Komm, wir kennen die Familie immer scharf. Hm. Hat der Michaela mitgespielt? Ähm, ich weiß nicht, wie sie hieß, aber... Schaffe ich was? Das war sekundär. Ja. Macht das eigentlich Sinn, wenn ich dich während eines Kampfes zum Handeln einlade? Ja. Keine Ahnung. Nicht wirklich. So. Ich hab ein Upgrade. Und das ist ein guter Punkt. Ja, noch Alkohol. Kriegst du den hin? Alkohol? Nee. Ich hatte die Hoffnung, dass man aus den ganzen Alkoholflaschen mal einen Molotov selbst herstellen kann, aber so weit bin ich nie gekommen. Da brauchen wir noch ein Tuch. Ja, das geht nicht. Da brauchst du einen Mod oder was dafür. Aber die hab ich noch nie gefunden. Da hinten ist eine... Muss ich was sehen haben, weil... Eine Waffenkammer. Eine Waffendings. Ah ja, mach auf, ich hab keinen Einbrecher. Geh doch mal weg. Mensch. Bricke schleicht. Halt's hier. So, jetzt. Ich bin doch weg. Ähm... Nö. Nix. Was ist denn das? Na, lass mich doch mal raus. Lass mich nur und die Ecke drängen. Ja. So, jetzt kannst du reingehen. Guck. Nee, es war ein Eigenbau-Hackmesser. Na und? Willst du das nicht haben? Nee, wenn du's gebaut hast. Nein, das hat jemand, der hieß Eigen, gebaut. Hier ist ne Giftbombe übrigens. Ah, sehr schön. Du, die Zeit ist schon wieder um, Mensch. Glaubst du das? Schon wieder? Nee. Wir haben doch gerade erst angefangen. Nee, wir haben gar nicht erst angefangen. Oh, Giftbombe. Wie durftest du wohl nicht nehmen? Ich dachte, wir waren... Du warst gerade am Lokus und hast sie dort gelassen, die Giftbombe. Nein, das ist die, da schmeißen wir die dort rein und hier kommen die raus. Oh, verstehe. Naja, es gibt auch ne Giftbombe-Mod. Okay. Guck mal nach, nach loslogos.com-mod. Die Gift. Gift ist ja auch ein Geschenk, ne? Also, ich hab da Gift reingetan und ein Geschenk kommt raus. Genau. Die mit Gift. Die, ja, in diesem Sinne, Mr. B, wie Bär-Bärs, wie wir hier in Leipzig, äh, Daxen sagen. Ähm. Bär von einem Bärs. Ja. Ich hab, achso, ich muss noch Punkte verteilen. Das mach ich offline. Ja, bitte. Dank, weil der ne Zuschauer nicht. Ja. Soll ich farlehen. Das Schöne ist, oh, hast du das wussten, hören? Äh, ich hab keine, ich hab keine Zuschauer. Das war der Föhn, oder? Das war, äh, Prüfen. Du hast gesagt, wenn ich Föhn höre, dann ist es Föhn. Ja. Auf dem Baum ist auch nicht schlecht. Aber mal ganz ehrlich, wie gefällt dir? Wie geht es? Gefällt sie dir? Toll, Bart. Ja, ist nicht schlecht. Ja. Kennst du noch Pierre Richard? Natürlich. Der Mann mit dem großen Schuh. Schwul, der Blonde. Okay. Ähm. Wir haben es ja nicht mal weit. Wollen wir das noch schnell fertig machen? Ach, Wasserleiche, komm, schnell weg. Bereit. Wir machen das fertig noch. Okay. Aber dann musst du hier lang. Ja, wäre es dir besser nicht lang gegangen, weil... Ah, ja. Ich denke, das ist auch gut. Ja, aber die helfen ja 10 Sekunden. Naja, das reicht. Hier sind 15 Minuten Zombies. Warum machst du denn das? Oh Gott, mein Lag. Zombies teleportieren. Oh, jetzt ist er gegritscht. Und nochmal. So, ruhig im Karton. Komm, hier lang. Du hast mich wenigstens noch den Stacheldraht mitnehmen. Und hier die Tonnen nicht vergessen. Und hier ist noch einer. Mann. Was ist denn für einer? Ein... Na ja. Mann in Not. Auf seinem Hausboot. Ach du Scheiße, echt. Aber wir machen erstmal die Quest. Dann haben wir die Folge fertig. Und dann nehmen wir den Typen. Hier ist Markus Villa. Ich hab einen großen Schwanz. Wo? Ne, einen Rochenschwanz. Großen Schwanz, ich bin auch doof. Einen Rochenschwanz. Du bist verletzt, übrigens. Ja, wo denn? Am rechten Arm. Ja, das ist gewollt. Das ist eine Damenbinde. So, da haben wir es ja. Treffen mit einem. Aber was machst du? Hard easy. Und sprich du mit ihm. Ne, jetzt nicht. Machen wir beim nächsten Mal. Wir suchen Markus. Er ist nicht hier. Okay, Markus ist ein Schwier. Weißt du das? Ah, ich höre das. Aber wir machen das beim nächsten Mal, ne? Okay, das machen wir. Okay, in dem Sinne. Tschüss. Tschüss. Tschüss.